Hallo Leute und willkommen zurück zu Outlast 2. Ja, ich bin gar nicht mehr sicher, wo wir hier stehen geblieben sind, also wo wir hier sind, weil es ist sehr sehr lange her, wo ich den letzten Part davon hochgeladen habe und jetzt habe ich ja einen neuen PC und so. Jetzt werden auch wieder öfters Let's Plays kommen. Ich werde hier Outlast 2 zu Ende spielen, auf jeden Fall. Und wenn das zu Ende ist, könnt ihr gerne einen neuen Vorschlag machen, was für ein Spiel ich noch machen soll. Was heißt machen? Äh, noch Let's Plays soll und ja. Ey, sag bloß, ich muss jetzt wieder wegrennen. Ey, nee, ey. Dieser Olle verfolgt uns doch gleich bestimmt wieder. Ein bisschen ungeil. Steuerung kenne ich zum Glück noch. Ich habe das Spiel wirklich noch nie durchgespielt. Wo ist die? Da ist... Oh nee, die hat ein Messer, da gehe ich nicht lang. Ich gehe mal lieber woanders lang. Da komme ich anscheinend nicht lang. Ich gehe da jetzt einfach lang. Mir fällt gerade auf, wie langsam der Charakter eigentlich ist auf einmal, weil ich kenne Spiele, da rennen die Charakter so schnell und hier ist er dann auf einmal nicht mehr so schnell. Okay. Ich überfliege die Texte nur. Ah, da liegt ein Verband. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Aber an was weiß ich nicht. Das fällt mir gerade nur nicht ein. Achso, die steht da noch. Ich dachte, die wäre weg. Ich werde mir bald auch eine Facecam kaufen und dann werde ich eventuell mal mit Facecam ein paar Videos machen. Die mache ich nochmal. So, okay. Ach Gott. So beginnt der Horror wieder. Ach, ich kann slideen. Okay. Ach ja, so habe ich das immer gemacht. So war das einfacher für mich. Da muss ich nicht immer gucken, wo ist F und so. Muss ich generell nicht gucken, aber normalerweise... Ach, was heißt normalerweise? Ich vergesse das eigentlich nicht, wo die Taste F ist. Warte, da hinten kommt wahrscheinlich jetzt die Fotze oder wo auch immer. Ich weiß nicht, von wo die kommt. Wahrscheinlich von da. Ich muss schnell machen. Also, wie schon gesagt, das F, das vergesse ich immer, wo ich da hinklicken muss. Also, ich muss immer dann so hinkucken. Ey, nein. Renn, renn. Warte, nee, das ist nicht Miles, ne? Wo ist die Fotze? Wo ist die Fotze? Wo ist die Fotze? Ey, wo ist die Schlampe? Ey, ich habe so... Angst gerade, ne? Fotze, Alter. Arschgeburt. Alter, ich habe gerade den Herzenfakt meines Lebens gekauft. Alter. Ich habe mich gerade heftig erschrocken. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen lauter. Ich könnte mich noch ein bisschen härter erschrecken. Ich muss gerade hier ein bisschen dran rumdrehen. Ja, so ist es in Ordnung. Oh, es wird gespeichert. Alter. Oh, hier ist eine Kirche. Was ist denn das? Alter, 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 alter. Ey, guck mal, wie das beleuchtet ist. Da muss safe was passieren. Ohne Scheiß, wer geht da freiwillig rein? Klar, ich. Klar, ich. Okay. Da sind wir. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Not. Not. Who's there? Who are you? My name is Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Not this coming back. Welcher Mensch möchte bitte, dass man ihn tötet? If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Alter, der hat hier gar keine Augen mehr, oder? Komm, guck nochmal hoch. Bro. Bro. Ey, der hat wirklich keine Augen mehr. Zumindest sieht's so aus. Hä? Hey, ich komm gerade gar nicht mehr raus. Ich glaub, jetzt geh ich lieber nicht mehr raus. Oh, Gott. Oh. Oh. Answer, you yoke me, honey. He can't see you. Oh. 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 Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Oh, God, Alter. Solche Schweine, ne? Ey, das... Alter. Stop! 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 Tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. Valhazza in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies. The world dies. The world dies. That's America. That's America. I think I already have a thumbnail. I'll wait until they are out there, because then I'm sure that I can also be out there. The mines. Where the fuck are the mines? Here, Mary, just mal kurz... Oh, God. Ja, egal. Das... Das wird wahrscheinlich eh ab 18 gestellt, weil... Guckt euch das doch mal an, Alter. Alter, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann. Digga. Die wurde ja komplett zerfetzt. Ah. So, ich hab jetzt zwei Screenshots gemacht. Sollte reichen. Hoffe ich. Wo komm ich denn jetzt hier raus? War klar. War klar, dass ich da auch nicht rauskomme. Hat die oder der wenigstens was für mich auch nicht, ne? Was liegt da? Gar nichts. Ja, schön, 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 schön. Kannst du bitte mal schnell zumachen? Nee, kann er nicht, ne? Also, im ersten Teil hatte die immer so ultra schnell zugemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt irgendwas auftaucht oder so. Wo sind die Minen jetzt? Das ist die Frage. Oh, ich seh hier noch genug. Da hinten muss ich nicht lang. Ich glaub hier. Ich glaub hier ist... Hier ist es richtig lang zu gehen. Hoffe ich. Ach Gott. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Bitte. Ich brauch hier etwas. Da draußen ist genug Licht. Oh fuck. Ich glaub, ich weiß, wo ich bin. Das kenn ich von Gronk noch, wo der das gespielt hat. Oh, zum Glück war das richtig, Alter. Ich glaub, ich... Ich hab mich jetzt gerade irgendwie erschrocken. Ich muss hier sogar runter. Ich muss hier runter. Kurzen Moment. Ich muss jemandem kurz antworten. So, das war ein Kollege von mir. Äh, dem hab ich kurz geschrieben. Ja, war klar. Ich muss den offensichtlichen Weg lang. Ey, nein, ey. Beste Aussage. Ey, nein, ey. Äh. Sind das Kinder? Leide, Kind. Tag und Nacht. Ey, die hat doch einer eine Klatsche, diese Oma. Ich hab nicht. Ey, das ist nicht. Ein bisschen verstörend. Ich mach mal die Tür zu, ne, Omi? Ey, nein. Ey, ich hab keinen Bock, jetzt wieder eine halbe Stunde wegzurennen. Und tausendmal zu verkacken. Ja, so wird's aber sein. Ich hab nicht geguckt, alles gut. Oh, was soll denn, was soll denn das werden? Kann man... Mit Blut geschrieben, ah. Nicht so geil. Okay, wegpacken. Wo bin ich denn überhaupt jetzt? In welchem Abteil... Die Tür geht natürlich nicht auf. Ich dachte, jetzt komm ich gar nicht mehr raus. Wär schon ein bisschen scheiße gewesen. Oh Gott, wo muss ich lang? Ey, nein. Sag bloß, ich bin jetzt da. Hast mich nicht gesehen, Bro, ja. Oh, alter, mach doch nur lauter. Holl, alter, mach doch nur die Fρείte. Auf jeden Fall. Willkommen. Nowherein, aus therein! Fuck you Ich verstecke mich jetzt erstmal eine kleine Weile hier drin Alter, ich habe so Gänsehaut gerade Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange ich schon aufnehme Auf jeden Fall mache ich das hier jetzt noch zu Ende Und dann höre ich dann auch auf mit diesem Part Ja komm, ich glaube ich kann raus Du scheiß Wichser Das war klar Mindestens einmal im Part muss das passieren Das ist so harter Abfuck Lass mich durchficken Kleiner Hunde so Schon wieder tot? Ey, das kann doch nicht sein Junge, wenn ich gerade mich am Heilen bin Ich glaube, ich heile mich nicht mehr unterwegs Ey, das bringt absolut nichts Ich glaube, ich rush jetzt einfach raus Ich möchte genau alle im Blick haben Ich erschrecke mich immer davor, wenn das so laut ist Die Musik Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss Also Könnte jetzt dauern Könnte jetzt etwas dauern Alter Das geht gerade ein bisschen auf meine Nerven Allein schon deshalb, weil ich das jetzt so lange nicht mehr gespielt habe Nein, ey Bist du irgendwie geistig behindert? Warum stehst du auf? So, hier ist gar kein Licht Ich dachte, hier wäre Wer ist im Weg? Da Ey, sag bloß, ich muss da rein Ey Geht dann wie Fuck you Die kommen gerade alle zu mir Ich habe mich jetzt so fucking hart erschrocken Ich schwöre sogar, wo muss ich hin? Abtrünnige Blaberer Ey Wo muss ich hier verdammte Scheiße hin? Ich laufe wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis Hallo? Ich kriege hier beide ein Herz gefuckt Ich kriege hier beide ein Herz gefuckt Fuck, Alter Der hätte mich fast gefunden Ich mach mich auch bereit zum Rennen Oh ey Tommy Ich bin hier Muss ich hier irgendwo lang Leute Halte das Wasserrad an. Wow, und wie? Ja, geh da hinten rein. Ich kann dich hier jetzt gerade echt nicht gebrauchen. Komm, verpiss dich. Hä? War die Tür schon die ganze Zeit da? Hey, die Tür war einfach die ganze Zeit da. Ach komm, Leute, ey. Musste das jetzt sein? Man merkt wahrscheinlich gerade, dass ich echt ein bisschen scheiße drauf bin. Ich bin einfach. Ich hab die ganze Zeit unnötig da hinten gesucht. Ja, mach noch lauter. Wer kennt's nicht? Das sollte ich den Trick machen. Ich bin einfach nicht. Oh Gott Renn doch! Kleiner Wichser. Oh Gott. Das arme Viech. So, damit beende ich jetzt aber auch hier diesen Part und lasst eine positive Bewertung da. Wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen und wenn ihr immer eine Nachricht bekommen wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann aktiviert direkt auch mal die Glocke. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zu Outlast 2.